Ich hab einfach nicht die Energie Dazu im Moment Aber es wird bald mehr Es gibt jetzt eine schöne Sache Ich habe ein neues Intro Organisiert Wenn es auch nicht das originellste ist Es ist auch nur ein Template Intro Aber es sieht definitiv besser aus als das alte Da freue ich mich schon drüber Hier in diesem Video-Futage werdet ihr jetzt einfach mal sehen Wie ich meine 2 Millionen XP Erreiche Also 2 Millionen XP nach Sternengeneral 5 volle XP Und yo Ja ich freue mich auf jeden Fall Dass ich jetzt diese XP ganze erreicht habe Dieses 2 Millionen Niveau Ich frage mich Auf welchem Grad ich landen werde Ich werde es am nächsten Ja Montag Montag werde ich es jetzt sehen Und hoffe dann einfach mal Dass die Hacker in Brickfoss bald weg sind Denn die halten mich vom schönen Spielen Definitiv ab Meine KD sinkt mal Und dann steigt sie wieder Weil ich irgendwie mal gute Räume ausnahmsweise finde Was aber nicht das Wichtigste ist Das Wichtigste ist auf jeden Fall Dass ich jetzt meine 2 Millionen XP erreicht habe Ich habe im Moment keine großartige Lust auf Bienen Deswegen geht es nur noch relativ langsam voran Mit ungefähr 500.000 XP in 2 Wochen Was natürlich jetzt nicht an das Niveau von früher rankommt Naja egal Also Leute Haut rein Wir sehen uns Dann Im Nächsten Video Was von mir kommt denke ich Und Ja Viel mehr gibt es nichts zu sagen Ich freue mich dass es ein neues Intro gibt Ich freue mich dass ich Meine 2 Millionen XP habe Und Tschau Leute